herzlich willkommen klick klick zu einer neuen runde von papagorn wir sind aber das match ist schon voll im gange ich bin aus dem spiel geflogen warum auch immer und ich freue mich sehr dass ihr wieder dabei seid sehr gut karlöchen ok kalari ist unsichtbar karlöchen 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 Nein, da bin ich raus. Bisschen schade, dass ich Kalari so gar nicht sehe. Also gar nicht, gar nicht. Einfach unsichtbar für mich. Ja, die sollen wir da oben rummachen, ich bleib hier hinten. Hm. Oh, guck mal wie schön meine Statue ist. Mhm. Na, wenigstens etwas. Oh, ich hätte vielleicht schon mal die Eisbrücke leeren sollen. Na ja. Auf ewig kann ich das ja nicht alleine halten, die Seite. Vor allem sobald ich genug zusammen habe für die dritte Karte, dann... Na ja. hallo so meine stadt geschickt geschossen wo es gegen meine statu geschissen es ist so frech von dir und unerhört 33 stets ultimate bereiter und ganz schön flott mhm da 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 stufe fünf boink 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 das war voll gut gute arbeit magia boy das war auch voll gemein dass ich ihn ja eingefroren habe als ich dann dachte wir kommen weg und tot schön mit multimeter gefesselt einmal von magia und dann von mir nochmal richtig unhöflich schritt zwei schritt zwei schritt zwei bisschen weiter nach hinten so das ablegen das mitnehmen und los geht's wieder so 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 hey ich hab ich einfach aufgelöst oder was war das? ich habe ich wohl überlehr schadet bekommen das verstehe ich nicht jetzt hab ich eigentlich so aggressiv schon des Anfang gespielt ist ja mega schlimm es soll das jetzt schon mega dumm einfach wieso ist keiner in der mitte ja 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 War das der oder der Fischtyp der irgendwie in den rollgängen gesetzt ich weiß es nicht ich werde auch echt gerne raus und gerne rausgehen auf jeden fall mehr macht um mehr auf die fresse hauen zu können oh sperr wo hai hat leider echt wenig äh schaden noch ja Ja. Jo. Da wollten wir flüchten, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Kill-Statistik sieht auch grauenhaft aus, also die Wertungen sind für den Arsch. Wenn wir hier jetzt noch was gerissen kriegen, wäre das ein Wunder. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit Fenster wieder zugemacht. Hab man wahrscheinlich gehört. So. Und laufen wir los. Nicht immer alle in dieselbe Richtung. Nein! Oh! Dann geht's mit. Hmm. Ach man. Gut, all die Magier haben sie einfach aus den Socken geklopft da drüben. Links brauchen wir nicht verteidigen. Der ist auf dem Vormarsch da. So, hier geht bei der einfach mit dem Schwert nicht reinbunzen. Irgendjemand wird schon sterben. Du gehst da rüber, alles klar, mal hier bei der. Dreht immer in dieser riesen Horde auf die Typen. An Allied Tower ist unter attack. So, wollen wir nach links. Mana wieder auffüllen. Und attack. So, hier geht's. So, hier geht's. So, hier geht's. Meine Ultimate Power Ich geh mir ja mal hier, äh, ich geh da mal hier einkaufen und so. Hab ich mir wohl verdient, nachdem ich die Magier-Tod geschlagen hab. Das war jetzt die Crit-Karte, ne? Ja. Jeder, jeder zehnte Schlag tut jetzt nämlich so richtig weh. Haha. Haha. Mäh, hä, hä, hä. Oh, stoppig. Okay. Da war der Fisch-Dude. Sehr schön, links kriegen die so auf die Maul. Ei, ei, ei. Der blöde Drecksack. Eimes. Eimes. Ja. Eimes. Koh. Oh oh Nein, ich wollte meinen Ultimate zünden Lauf doch nicht hinter die. Okay, das war's. Wir haben das bitte so gut geschafft, in der kurzen Zeit so schnell da durch zu gehen. Und vor allen Dingen, wo ist das Team? Kann doch nicht nur der eine leben. Verdammte Kacke! Verdammte Kacke! Das macht keinen Sinn. Ich hätte ihn beim ersten Mal schon kriegen müssen. Ach man, was ist das für ein Match? How to get so ordentlich auf die Fresse? Ah, wir sind doch nur vier. Kalari fehlt. Ha! So. Natürlich. Natürlich. Eine Fehlbauer ist unter Attack. Eine Fehlbauer ist unter Attack. Eine Fehlbauer ist unter Attack. Hä? Hä? Manchmal einfach Hä? Was will ich jetzt das Kalari fehlt? Das ist Kacke in unserer Zahl. Aber ich habe echt spät erst gemerkt. Naja. Jetzt könnte man kapitulieren. Jetzt wäre es angemessen. Jetzt wäre es angemessen. nice los! 1 2 2 5 6 7 1 2 4 3 1 Bitter den Kanda? Keine Chance. Das war's. Und wenn euch dieses Match dennoch unterhalten hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet und ein Abo, wenn ihr vielleicht den nächsten Siegen nicht verpassen wollt. Bis dahin wünsche ich euch alles alles Gute und haut rein. Bye bye.